Eine der besten Lernenden wird man mit viel Ehrgeiz, Disziplin, aber natürlich spielt auch das Glück eine wichtige Rolle. Ich habe in meiner Lehre sehr viel gelernt, da ich in fünf verschiedenen Abteilungen war. Ich war im Marketing, im Einkauf, in der Lernendenbetreuung, im Zollwesen und in den internationalen Transporten. Und am besten hat mir den Einkauf gefallen, weil man da wirklich den Kontakt zu den Lieferanten hat und somit auch das Tagesgeschäft hautnah erlebt. Ich denke, der Handel ist die vielfältigste Branche im kaufmännischen Bereich und die Chancen sind eigentlich unendlich, da man wirklich einfach auch in andere Branchen wechseln kann, wenn man das will, und auch den Kontakt, den internationalen Kontakt hat und vielleicht auch da sich Chancen ergeben. Besonders in Erinnerung bleibt mir die Lernendenreise. Und zwar durften die zwölf besten Lernenden von Coop nach Bremerhaven reisen. Für eine Woche haben wir ein Tochterunternehmen von Coop besucht.